Oh, ey, diese Leitersprünge, oh, ey, mich fackt das alles so ab hier. Wo muss ich jetzt hin? Oh, jetzt hab ich den Block da weggedrückt. Hä, wo muss ich hier hin? Mal rechts, auf die... Ja, ne, da hört es nicht, ich glaub nur ist das hier auf die... ...schlops. So, ey. Hä? Wie greift das alles nicht? Hier auf die schlops. So, da musst du ja erstmal ein bisschen ausschildern, der Gute. So. Aha. Ja, lieber Map-Entwickler, was ist hier los? Am Ende wurde es aber doch ein bisschen schlampig, ne? Da fehlen hier eindeutig Schilderungen, dass einige Spieler sind hier stark verwirrt. So, da machen wir chill, chillige Minecraft Musik. Feuer-Tambula. Feuer-Tambula. Das ist ein Scherz, ey. Das ist ein richtiger Scherz für ihn aber ganz... Och, Mann. Oh, hä? Über mir war ja ein Block. Hä? Oh. Da hab ich den Schaden für sp... Pfff. 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 Hier ist ein Block über uns, ne? Pfff. 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 Was ist das? Wir haben uns aus dem Ressourcen geschossen, also hier ist ein... Was ist der mit der Rengeschüchter? Hey, muss ich jetzt auch so... No, zurück zu 2, 3. Ja, ich vermisse 2. Noch mehr Wasser? Ey, wenn da jetzt noch Wasser springen kommt, ne? Ach, ne, ne, ne. Ach, da oben ist noch mal Eis. Na gut, Eis geht ja. Aber es sind noch mal ein paar Sprünge, also nicht so viel. Dann guck ich dir mal ein bisschen... Ich kann nicht so viel zu gucken von hier aus. Wasser drauf. Gieß mir noch was zu trinken ein. Der letzte Sprunger muss noch ein bisschen aufpassen, du hast da eine direkte Decke über dir. Das ist deinem letzten Moment. Achso, äh... Nicht genug Scheiß um die Röhre zu bauen, verstehe ich natürlich. Kostet ja alles. Vor allen Dingen das grüne Material ist wahrscheinlich immer ganz schön teuer, ne? Sind die Rohren eigentlich grün bei Super Mario? First und Forten Pack. Spass dich, Alter. Achso, Instant Damage. Ah. Der hat auf jeden Fall einen interessanten Humor. Ich kann die die Vielfalt nicht gleich bekommen beim Alter. Ja, Hälfte direkt weg. Ja. Sieh ich den nochmal gedrückt? Wird jetzt irgendjemand... Niki wahrscheinlich... Hä? Was hat er jetzt gemacht? Nochmal gedrückt, tot. Ach... Ach maaa... Jetzt sind wir da oben lang. Bis wir nicht... Ja. Oh. 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 Ja. Sieh ich den wirklich warte. Okay, da sind euch welche Schneesprünge? Die sind ja super. Super geil. Oh ne, oder? Ja. So. Ich bin echt überrascht wie gut das hier läuft gerade. Na ja, die Leiter ist schon wieder so weit weg. Das ist bestimmt wieder so ein Homo Leiter. Och neee. Homo Dance. Das ist voll easy, man. Das fliegt zum Block hoch, mach mir Gamer weg, dann rufe ich hinten mit dem Block wieder runter. Okay, der Leiter ist schon wieder echt easy. Wo sie jetzt sind. Da freue ich mich auf den nächsten Leiter-Sprung. Und ist jetzt hier noch ein Leiter-Sprung? Oh mein, das ist so geil. Okay. Wowie. Alles für die Kids, alles für die Kids. Be careful. Oh oh, komm niemand mal erstmal hier hoch, bevor ich was drücke. Ich chill dann dessen in der Lounge. So, hier steht immer Be careful und immer Checkpoint. Welchen Knopf drücken wir jetzt von dem Ball? Ja. Ich sag mir jetzt nicht, der Slams fund jedes Mal, wenn wir auf den Knopf drücken. Okay, der spawnt nicht jedes Mal, wenn wir auf den Knopf drücken. Hier macht er echt nicht. Ach maaaah. Ah. Ach ich schnell. Ach doch, das war doch jeder, das war ja doch. Diesmal behinderten Schuss. Nee oder? Das sieht doch so anpacken aus. Das ist doch so anpacken. Da ist ein Scherz. Da ist ein Scherz. Nee. Was ist denn du? Das sind... Jetzt schauen wir hier hin springen müssen. Guck mal wieviel Schleim er da sind. Das seh ich gerade. Das ist unmöglich da aufzukommen. Unmöglich. Mann, die Slimes. Die hören doch nicht auf. Die machen auch so ultra viel Schaden. Die sind auch so ultra laut. Meine Güte, ey. Mann, ey. Seine Mutter, wo du auch vergibst, weil du nicht von ihm bist. Was, ey. Der Block kann auch mal ein bisschen er... Hä? Jetzt geht hier gar nichts mehr. Ich hab doch gedrückt. So, ich drück ja hier. Ich drück ja falsch. Oh, Alter, ey. Halt's Maus bleiben hier runter. Ich drück's nur. Ach, maan. Ach, maan. Oh, ey. Unsinn, ne? Ich muss den Sound hier leider machen. Ey, du Fuck-Slime, ne? Ey, deine Mutter hab ich gekannt. Die war so hässlich. Ne, das geht nicht, was sie. Na ja, dann mach die da weg, damit ich weiß ja nicht was. Ja, die Spawner hier ist... Darüber sind Dinger. Ich schieß die tot. Also, geh da jetzt hin und mach die weg, sodass die nicht mehr wiederkommen. Ja, aber wenn du auf den Scheißer drückst, dann kommt der Neue. Ja, mach den Spawn kaputt. Oh, die paar Kränen hier sind der kein Problem. Hoffentlich. Oh, ey. So schön. Och. Nein. Hau mich mal hoch. Jumpers. What a Jumpers. Hm. Ey, wo muss ich ihn hier jetzt hin? Ach, du Kacke. Ey. Okay. Boah, yo, Alter, ist ja mega noise. Legen wir los hier. Oh, okay. Na ja, Pimmel-Eissprünge. Okay. Die haben geklappt. Was ist das jetzt hier? So. Ach, man. Loll, lo, lo. Ach, zück dich doch. Der ist so behindernd, ne? Ohne Mist, Alter. Ich mach den ganzen Hühner hier, Alter. Ja, das freu mich auch. Sollen das nicht diese fliegenden Goomba sein? No. Die greifen uns noch an. Die kommen uns dann alle hinterhergeflogen. Mal schauen. Als Endboss kriegen wir denn den Ender-Drachen. Das ist ein super-ultra-super-cool-schick-moment. Schick, finde ich. Okay, jetzt weiß ich, was der Schalter gemacht hat. Aber wir müssen natürlich bei uns spawnen, dass einer so super lustig ist. Oh, super, mich trifft die Logo, oder was? Weißt du, was noch viel lustiger ist? Na? Wenn du als Map-Entwickler so ne... Wenn du so ne Let's Plays guckst, das stell ich mir so gönnlich vor. Wie die Let's Plays einfach am rumbrüllen sind. Komm, ey. Ey, diese beschissenen Scheiß-Huren-Kinder. Schmaa. Aha, der letzte Sprung hier. Zack. Bam. Bam. Ich komme einfach mal zu dir. 20.000 Lohn, da hinten gehe ich nicht durch, die auch. Ich werde gar nicht verstehen. Ich glaube, die ganzen Boote hier brauche ich auch nicht mehr. Ey, ich habe zwei Coins. Können Sie sich mal quer in den Arsch stecken. Was sind wir überhaupt hin? Ha, nehmen wir aber noch. Bam. Du, du, du. Wolltrenniers, blow me. Ach so. Ja, ah. Marius' Voice. What would happen to the princess? Why is the racing spread in Minecraft-y? I love you bloody. Du bist der beste Mitmecker ever. Trust what the hell is Mario walls. So we need to find, was? Instructions on how to fix. Fix. You were broken. Alter, lol. Ist ja... Ich habe gedacht, Nippel werden schlimm, aber was denn... Das ist ja wie Nippel und Leitern kombiniert. Kakaobohnen. Kakaobohnen. Junge, das habe ich noch nie in der Möp gesehen, dass jemand fucking Kakaobohnen verwendet. Ohne Mist, ne? Ey, fucking Kakaobohnen. Kakaobohnen, das ist ja... Das ist ja Nippel-Leitersprung. Um die Ecke, die Dinger, die sind ja unmöglich... Okay, die gehen doch. Alter. Alter. Ochne. Da muss er jetzt nicht sein. Ich staun, dass ich das noch nicht etabliert habe, Max. Das ist... Da bin ich echt erstaunt. Ich bin... Ey, fuck mal auf Leitersprünge, wenn man fucking Kakaobohnen platzieren kann. Da... Damit... Es wie schwierig gesprüngt, ey. Mal richtig ab, Alter. Boah, ohne Mist, ne? Ich lasse die Kakaobohnen gleich mal aus hier. Meine Güter, ey. Den Tuck, ne? Ey, den Tuck, ey. Och. Wollte ich schon wieder gleich irgendeine Story erzählen, aber... Ich lasse das mal lieber. Ey. Ohne Mist, ne? Ohne Mist. Alter, ey. Mann, ey. Dass ich nicht rumbrüllen kann, kotzt mich grad so an. Ich würde das ganze Haus zusammenbrüllen. Ich würde nix mehr stehen. Ich schaffte den Ehen-Sprung nicht mehr irgendwie. Ja. Boah, you fucking Kakaobohnen. Ey, ey. Ich fick hier alles weg. Boah, ey. Ne, oder? Hä? Ey, wenn da aber nicht TNTs, um die Möps zu zerstören. Och, ne. Ist mir ich bei nem Slap runtergefallen. Was, bei nem Slap? Hinten kommen wir noch Slap. Oh, nen Block über. Boah, wisst du, was denn ein voller Troll wäre? Was denn? Wenn dann noch schön paar Nippelsprünge kommen würden. Oh, ne. Oh, Opsi. Loll. Ich wollte nen Steak essen. Hatte aber Holz in der Hand von ner Explosion. Naja, egal. Gibt schlurres. Ach. Oh, ich platziere hier gleich mal ein bisschen Holz, Junge. Alter, ach, ich hab echt... Also... Ich frag mich, ob das nen Vibe designt hat. Oh, der Block hier nervt mich, der muss erst mal rein. Tja. Loll, hast du ihn gesehen? Hammer. Ja. Och Gott, ey. Ich bin... Nein. Nein, oder? Was dann? Ich bin bei diesen komischen Blättergebammel runtergefallen. Ah, ich auch erst. Das ist doch der größte Abfuck ever. Ma, ich bin die ganze Zeit gegen den Baum gegangen. Ich auch. Och, ey. Boah, ey. Boah, ey. Ey, Alter. Boah, der Slapsprung hier, ne? Da ist noch Laub über dir. Boah, ey. Das ist so eine Scheiße hier. Och, Gott, ey. Och, Gott. Ich esse jetzt hier noch ein Stück Schokolade. Pff, fuck. Wider geht das eigentlich? Hm, aber hab ich auch geschafft. Oh, lol. So, wie das mit eben, Ma. Das wird schön. Ach, Ma, ich bleib die ganze Zeit an der Ecke, ey. Ging mir das auch so. Vielleicht willst du den Zuschauer mal erzählen, wie das so ist.